Letztes Spiel in Frankfurt, dein erster Einsatz nach langer Verletzungspause, heute gleich das erste Tor. Wie geht es dir jetzt? Ja, ich fühle mich sehr, sehr gut. Wir haben ein sehr wichtiges Spiel gewonnen. Wir sind Tabellenführer, zumindest bis Montag. Wie gesagt, drei Punkte geholt vor einer tollen Kulisse zu Hause, Tor geschossen. Wie soll man sich da sonst fühlen, außer sehr gut? Flo, du bist Rechtsverteidiger. Wie oft kommt es vor, dass man alleine als Rechtsverteidiger auf dem Torwart zuläuft? Hast du dich schon mal geübt vorher? Nein, allzu oft kommt es nicht vor. Heute war es der Fall und ich bin natürlich froh, dass er reingegangen ist, weil die Aktion habe ich selbst im Training nicht oft. Du hast recht angewartet, Torwart kam raus und hast ihn dann vorbeigeschoben. War das genauso geplant? Ganz ehrlich, ich habe ab da, wo ich losgelaufen bin, eigentlich immer nur nach links geguckt, wann kann ich spielen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um abzuspielen. Der kam nicht, weil der Innenverteidiger die ganze Zeit spekuliert auf den Pass. Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich ihn selber machen und hat ja dann funktioniert zum Glück.